Wer schreit denn da? Ich wollte schon sagen, die hat eine Knarre in der Hand. Das ist bestimmt so eine Hebahme. Aber die ganzen Kinder töten, das finde ich voll furchtbar. Also, ja, ist schrecklich. Oh, guck mal, ein Banju. Ich höre meinen Banju, ich höre meinen Banju. Ich brauche unbedingt eine Bar-Tari. Eine Bar-Tari. Echt, haben wir keine mehr? Äh, ich möchte es nicht unbedingt... Alter, drei Stück. Weil die mir solche guten Augen haben, die zwei. Boah. Aber Kartoffeln haben die auch in Mass, ne? Schmecken die auch lecker. Also, was die wirklich in Mass haben, sind Kartoffeln und Taschenlampen. Und Mais. Und Mais. Stimmt. Und Kinder. Ja. Also, da kannst du bestimmt ordentlich von scheißen. Wenn du hier lebst. Ja, und Kinder haben sie genug. Ja. Die essen wahrscheinlich auch kleine Kinder. Äh, ne, die verbrennen die einfach nur. Stimmt. Voll grausam. Ja. Ist die immer noch da am... Am Beten? Ja, immer noch. Ich geh mal hier lang. Guck, ob Matthias so ist. Ah, die Batterie geht im normalen Modus aber echt schnell... Echt schnell runter. Äh, das war im ersten Teil nicht so. Also, empfinde ich... Also, empfinde ich so. Bitte? Ne, das war nur noch. Ne. Ich seh überall Batterien. Ist doch furchtbar. Ich seh Batterien. Ich bin verrückt. Haha. Nicht, dass du hier irgendwie im Real Life, denn jetzt auch Batterien irgendwo siehst. Boah, ich muss die Batterie sammeln für die Kamera. Ich glaub... Hm. Darf ich eintreten? Oh, der... Ja, ich glaube, wenn... Ich glaub, wenn ich das Essen den ganzen Tag essen würde, dann würd ich, glaub ich, auch so raussehen. Ich glaub, wenn ich die Tür öffne, dann ist der, glaub ich... Ich glaub, wenn ich die Tür öffne, dann ist der, glaub ich... Also, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Ja. Ja. Wenn ich wüsste, da verschwinden Leute, und man so eine Tür gefunden hätte, barfuß und so, und... Ja. Ja. Die wird ja wohl erzählt haben, was da so abgeht. Ja. Wieso geht man denn da unbewaffnet hin? Unbewaffnet? Ja. Der wusste doch gar nichts von dem Dorf. Der ist doch da abgestürzt. Ja, aber die haben doch die Frau gefunden, barfuß und was auch noch. Alle schwanger. Achso. Ja, keine Ahnung. Und deswegen sind die ja da hin. Irgendwie müssen die ja... Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich frag mich was leichteres. Der pennt, ne? Ich frag mich mal nicht. Der, der pinnt. Der hat aber Augen offen. Gruselig. Und da liegt die Batterie. Genau bei dem. Und da liegt nur ne Batterie, alter. Oh, schau. Das ist ja voll der Luxus. Batterie, dann verwand. Hallo? Verwand. Der packt uns. Der packt uns. Der packt uns hundertprozentig. Oder nicht. Kann ich den Film? Alter, nur die Augen. Der hat vorhin sehr, sehr hohen Vitamin- und Mineralmangel. Du kannst dich nicht verschwassen, indem du unter... Achso. ein bisschen misten. Droom, f對不起. Mensch, mach die Scheiße hoch! Oh Gott! Oh Gott! Alter, oh Gott! Oh Gott! Alter! Oh Gott, ich muss mir zurück. Ich muss mal kacken! Alter, lass... Die nächste! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, ACCELEN! Oh Gott! War das doch eine gute Idee? Musik wird leiser. In Luft geholt. Ich will nicht sterben. Wieso atmet ihr denn unter Wasser? Der Atme nicht unter Wasser. Doch, man hätten doch Atmen. Oder ist das der andere? Wir sind doch im Fass. Ja, aber man hat doch gerade Atmen gehört, oder nicht? Nein. Ja, ich sterbe. Ich sterbe, ich muss raus. Hä? Fuck, fuck, fuck. Fuck. Ich glaube, jetzt brauche ich einen Verband. Der kann das sein. Kann ich, 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 nein. Ach, ich kann doch nur mit dem Stehen machen, oder was? Ne, brauche ich nicht, okay. Der ist ja rüber, äh, wo ist das Kerlchen? Hä? Wo ist das Kerlchen? Ja. Ich... Hä? Bin ich draußen? Hallo. Wo muss ich hin? Ich hab... Oh Gott, ich hab schon Paras. Ich seh schon bei wehenden Palmen irgendwelche Leute rumlaufen. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ich muss den Elevator irgendwie laufen. Oh Gott. Scheiße, da ist einer. Fuck, ey, ist doch nur der eine Weg, oder? Ah, da geht's auch mal hoch. Da liegt ne Batterie, oder? Kann das sein? Da liegt ne Batterie, oder? Kann das sein? Nein, nein, nein. Du siehst da auch schon überall Batterie. Ja, ich sieh auch Batterie. Ich, äh, zuh, ist mich damit angesteckt. Sorry. Hallo? Da ist der Generator. Geil! Und hier, und hier sind Zettel. Siebeln, ich muss mit dir über die Geheimnisse sprechen. Weil ich weiß, dass du dich mit den Heilmitteln und Medizin... ...verlähm... ...verlähm Batterie, oder? Äh, auskennst. Ich hoffe, du weißt, dass ich so wenig wie möglich mit den Leuten der verdammten Welt spreche, wenn wir uns dort Benzin und andere Notwendigkeiten kaufen, die wir nicht selbst machen können. Also gibt's hier noch normale Leute anscheinend. Ich habe mich etwas mit einem Zöllner-Jungen unterhalten und die Pillen verkauft, die Papa braucht. Auch als ich sie als Studienhilfe bezeichnete, lachte der Junge und sagte, der Körper braucht keine Penicillin... ...was? Penis... ...was? Penicillin? ... zum Studieren. Oder? Ja, außerdem studieren Musch... ...ah, ne. Oh! Penicillin und Muschis? Was? Hast du von so etwas je gehört? Ich will Papa nicht fragen, weil ich nicht weiß, was er tun würde. Doch ich will ihn nicht versehentlich vergiften. Bitte komm vorbei, sprich mit mir. John! Ich würde sagen, da hat jemand sein. Ich bin nicht in der Kontrolle. Mhm. Woff, annehmt denen gerne harte Raum. Also, die gehen immer nur in die Außenwelt? Mhm. Um... Das muss sein. Wenn ich meinen Weg zurück zum Elefator finde. Ah! 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 Oh Gott! Oh Gott! Alter! Oh! Ha! Alter! Oh! Alter Kack-Sau! Boah, Alter Finne! Du alte Kack-Sau! Boah! Oh! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist peinlich, was du in der Webcam gar nicht sehen. Wie peinlich! Ach, halt die Fresse du! Du... Lass mich in Ruhe, ciao! Oh! Oh mein Gott! Gott! Ich will mein... Die stand aber genau richtig! Ja. So, wo ist der? Ich will mein Gesicht ausdrücklich gesehen haben, ey. Ciao! This way! Woah! What the fuck?! Ah! 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 Ah, Alter! Ah! Ah, Alter! Ah! Ah! Lauf, 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 lauf! Oh nein, oh nein, 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 nein! Oh, ich scheiße! Er ist erschupp, er ist erschupp! Er kann nicht rennen, er kann nicht rennen! Wir sind zur Marsch, wir sind zur Marsch. Ah! Alter! Alter! Alter, hör mit! Nein! Nein, nein, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, du Kacksauch! Das war's dann, äh, mit der, äh, ja. Okay, hat sie uns erwischt. So, Generator läuft. Die unten steht da noch. Das wär auch zu einfach gewesen, da jetzt einfach um dann zum Fahrstuhl zu rennen. Da war ja irgendwie klar. Gott! Gott, wie die da stand, ey. So, die kommt jetzt da, ne? Ja, ja, ja. Die verfallen sich schon. Die ist verkingen, ja, ja, wegen dem Fahrstuhl, glaube ich, oder? Rennt die auch? Oh, die kann auch rennen! Oh! Oh Gott, ist die gruselig! Ciao! Eigentlich brauche ich ja nur zum Fahrstuhl! Lass mich! Renn doch, renn doch, renn doch! Renn doch, renn doch, renn doch, renn doch! Ich hab das mal genauso gemacht? Ich bin gierig auf meine Beute, sagt sie. Oh Gott! Aua! Ich hab mein Knie und mein Arm gestoßen! Alter, ich bin so! Oh Gott, ich bin so! Ich brauch ne Valdirian! Dimplegate, aha! Das war mein erstes Mal, dass wir die so in Action sahen jetzt, ne? Dass sie uns verfeucht hat. Die ist schon gruselig, wie toller! Erstes Mal, ja, ist sie auch. Das ist immer so ein Gegner. Die typische Verstimmung. Gott. War der im ersten Teil auch schon. Der war erst, aber, oh, warte mal, warte mal. Ich hab was gesehen. Oh Gott! Du musst die Ausrufezeichen wieder wegmachen. Wir haben... Oh nein, wir haben zwei Sachen übersehen. Hast du zwei Sachen übersehen? Ja. Stimmt, Tatsache! Oh, mehr! Haben wir die Trüller beim Filmen? Ne, ja, erst mal zwei. Ja, die Trüller haben wir nicht gefilmt. Oh nein, ist ja voll kacki. Ja, ist ja nicht so schlimm. Erst jetzt nichts. Das wir beim ersten Durchlauf nicht alles filmen und nicht alles kriegen. Alter, komm, 18 Seiten! Du willst mich verarschen! Alter, da wird ja noch einiges kommen. Oh Gott. Und ich hab gedacht, wir sind schon fast durch. Von wegen. Ja gut, man muss überlegen. Jetzt fängt das Spiel das richtig an. Weil das, was wir jetzt erlebt haben, war bei Outlast schon relativ früh. Und das ging nur vier Stunden. Oh! Sexy! Ja, Frikadellen! Frikadellen! Das ist ein richtiges Sarah-Selbstverstellung-Spiel. Ich glaube, dass das Spiel jetzt erst anfängt, richtig interessant zu werden, was... Alter, wie die alte aber gerade da auch standen, ey. Die ist voll komisch, Mann! Ja, ich meine, die an einem Türrahmen da. Wo wir neben dem Generator rauben. Oh Gott! Ach so, ja. Und damit runter. Vor allem mit dem Messer... Und dann geht die einfach aus dem Bild. Ich glaub's ja nicht. Die macht nichts. Einfach mal da rumstehen. Ich will das manchmal beängstigender. Da ist die Kirche. Ja. Jessica! Oh nein, nicht das Lied schon wieder. Was machst du denn? Jessica hieß sie, genau. Ja. Da ist der Brunnen. Der Brunnen sieht anders aus wie in der Demo. Ich möchte aber gerne noch mal mich umgucken. Oh Gott, ich lasse Kinder singen. Ich lache da ane. Das ist mein Schatz. Ich sollte aber ändern. Du gehst doch gerne angeln, ne? Ja, aber wenn ich angeln gehe, sieht es mir ein bisschen frischer aus. Ich wollte schon gerade sagen, sehen die Fische mal so aus? Oh mein Gott, wir werden uns jetzt gleich so erschrocken. Ich denke. Ich lasse sowas hier auf. Auf zu singen. Kinder sind gruselig. Steht noch ein Brunnen drauf. Worst du? 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 Jurassic Park. Okay. Jetzt habe ich nachher wieder einen Ohrwurm von ihm blieb, ey. Da ist doch einer, der uns doch... So ein Ding war da vorne auch, ne? So ein Ding war da vorne auch, ne? Das ist aber eine gigantische Zunge. Okay, es war ein bisschen eigentlich vorhersehbar, weil wir das aus der Demo kannten. Aber trotzdem ging es jetzt zugegangen. Ja, das war schon wieder verdrängt. Ja. Neh ich das an. Ich habe Angst, ich weiß was ich jetzt erwartet. Ob sie das geändert haben? Ich hoffe. Auf jeden Fall ist der Tisch, liegt auf jeden Fall nicht mehr die Windows 95 CD auf dem Tisch. Die haben sie rausgenommen. Nein! Halt die Schnauze! Und das Lachen kommt jetzt schon. Und das Lachen kommt jetzt schon. Ich weiß was kommt. Wir haben die Nachbarn. Hört noch doch die Tür auf. Achso. Oh Gott. Ja das ist der Raum. Oder der Bereich. Oh Gott. Ist der Schatten hier wieder am vorbeifliegen? Nö. Das war nicht. Oh dieses Geräusch! Das glibberige Geräusch ne? Wo kommt das her? Das war vorher nicht. Ja das ist die Spieluhr. Und wieder eine Taschenlampe! Neben einer Batterie! Das flimmert. Das flimmert. Das flimmert schon wieder. Ja ich laden nach. Musst du mich erst links an? Ja entschuldige ich musste nachladen. Und schon wieder der spinnt. Und wieso tut der das? Das habe ich in der Demo schon gefragt. Warum tut der das? Warum? Weil er sie kennt. Guck doch hin. Ich guck doch hin! Das ist doch nichts. Ja Bullshit! Ich weiß ganz ehrlich. Oh guck mein Einhorn! Ja guck mal! Ja guck mal! Oh was steht da? Shut up! Bitch! Hey! Hey was steht da? Hey Lynn! I'm bored... Miss... Still talking about the... Hey Lynn, ich bin gelangweilt. Misses was auch immer. Shut up bitch! Also where should we place... Also really... Shut up okay. Aber wie... Oh Gott! Oh Gott! Ich weiß was kommt! Oh Gott! Blockiert! Ja 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 ja! Der kommt! 100%ig kommt der! Da weiß ich genau der kommt! Ich guck hin! Ich schwöre ich guck hin! Ich kann doch mal wieder hier rein! Juh! Hier ist Hell! Hier bleibe ich! Du kannst mir nichts! Blockiert! Blank! Blank! Du bist брann! Du bist toller! Nein! geh da nicht rein! Das ist ne Falle man! Das ist ne Falle! okay also haben sie doch geändert weil sonst wüsste man ja was kommt also haben sie den weggenommen oder man soll sich jetzt in sicherheit wie ich weiß es nicht wunderschönes kissen